Ein wunderschönen guten Morgen an diesem Samstag, 5 Uhr morgens Allcoin Update. Ja Mario, wie sieht's denn aus? Ja, gucken wir jetzt gleich mal rein. Ich habe zum Glück nicht so viele Coins da gelassen, von da bietet uns das vielleicht dann die Möglichkeit noch über 1, 2 zu gucken, die für mich interessant sind oder waren. Und wir fangen wie immer an mit Litecoin. Wir haben den Tag gestern, Achtung, hier über der 112 verbracht. Jo, jetzt brauchen wir Ausbruch, Retest, Follow. Ein Push über die Marke, was ist das hier, von 100, sagen wir einfach mal 113. Der bietet uns dann die Möglichkeit reinzugehen in Richtung 116,50 und dort kommt dann wirklich die wichtige Marke 116,50. Und nochmal auf Tagesbasis, sollte das brechen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir von dem Punkt erstmal relativ zügig die 126 erlaufen. Wahrscheinlich eher so in Richtung 130. Das wären dann schön noch ein paar Euros von diesem Zeitpunkt von 116, hier ungefähr 15 Prozent. Damit kann man mal leben. Das wäre schön, ebenfalls auf Tagesbasis ganz klar zu erkennen. W-Pattern, auch hier ist dann aber die Marke von ungefähr 116, 117 sehr, sehr wichtig. Auf kürzeren Timestrames sieht es natürlich wie folgt aus. Vier Stunden Kerze, Achtung, drüber geschlossen, runter, runter, keinmal wieder reingefallen. Selbst wenn wir hier mal drunter wicken, ist das nicht so schlimm mit einem Stunden Close. Aber diese leicht aufsteigte Linie, die sollte auf vier Stunden Basis halten. Wenn nicht, dann fallen wir nämlich hier genau in diesen Knotenpunkt und sollte der nach unten hinbrechen, sieht das Ganze erstmal nicht so schlecht aus. Sprich, ein vier Stunden Close und der Marke von 111 führt uns in 107,50, brichen die nach unten 104,50. Ja, und ab dann geht es weiter abwärts Richtung 100 und dann Richtung 93. Danach sieht jetzt gerade nichts aus, aber es sei natürlich trotzdem erwähnt, falls das Ganze hier so passiert. Was macht XRP? Eher gar nichts. Wir konsolidieren immer noch, wir konsolidieren jetzt hier zumindest mal auf vier Stunden Basis über dieser Linie, aber wir brauchen die 80 Cent. Wir brauchen die 80 Cent auf Tagesbasis und vorher mache ich da im Grunde genommen nichts. Dann setzen wir die Linie einfach hier hin. Dann werdet ihr sehen, dass die Wigs hier mit reinkommen und hier auch die Kerzenkörper drüber geblieben sind. Wig rein und hier und jetzt sind wir da drunter. Wir brauchen das Ganze, das ist die 80 Cent, 80,2, 80,3 Cent kommen wir da drüber, verbringen wir endlich mal den Tag da drüber. Ja, moin, dann ist das Ding auch für mich long in Richtung dieser roten Linie. Das sind 88 Cent und danach kommen hier diese Wigs bei 92, falls wir das nach oben hin überwinden. Denn geschweige denn, wir schaffen es auch mal wieder in unser Monster Triangle hinein. Ja, da winken da auch mal deutlich höhere Kurse. Das ist nämlich das hier. Und das verläuft jetzt im Moment ungefähr bei der Marke von über 92 Cent. Sollten wir da reinkommen, dann geht das Ganze wahrscheinlich relativ schnell auf den Dollar und sollte der nach oben hinbrechen. Schauen wir gerne mal weiter. Ansonsten bleibt dabei, vorsichtig, vorsichtig, optimistisch, denn wir ziehen hier an dieser goldenen aufsteigenden Linie immer weiter nach oben. Und solange das auch so bleibt, ist das auch alles im Rahmen. Keine Ahnung, 1,8% im Plus, da ist er. Haben wir gestern darüber gesprochen. Wir brauchen Tagesclose über der roten Marke und dann der Ausbruch Retest. Und dann, wenn wir die goldene Linie überschreiten, ist das Ding long. Hier überschritten und dann rein in die Nummer. Der Ausbruch war hier rot, zurückkommen von rot und dann bitte hier auf dieser Kerze. Da war der long möglich bei 86 Cent, ziemlich genau. Dann haben wir hier auf einem relativ kurzen Timeframe so eine Art Bullenflagge gebildet. Das war das hier. Und jetzt brechen wir auch darüber auf, wer hier nicht drin ist, wartet auf die 87 Cent und hat dann die Möglichkeit, auch hier wieder einen Long anzusetzen. Für einen längerfristigen Aufwärtstrend müssten wir mal wieder ein höheres Hoch bilden. Im Endeffekt wäre das erstmal das Überschreiten hier der Marke von einem Dollar. Das ist noch ein gutes Stück entfernt. Ansonsten haben wir weitere tiefere Hochs und tiefere Tiefs aktuell. Und es bleibt noch bei einem Downtrend. Wie gesagt, wer hier nicht in dem Trade drin ist, 87 Cent abwarten. Danach geht es weiter hoch auf 90 Cent. Dann kommen die 94 und dann kommt der angesprochene Dollar. Auf 4 Stunden Basis sollten wir natürlich auch dann hier das Ganze nicht unterschreiten. Sprich, es wäre schlecht, wenn wir diese goldene Linie auf 4 Stunden Basis wieder nach unten hin unterschreiten würde. Die verläuft aktuell bei 83 Cent. Dann fallen wir zurück auf 80 Cent. Und wenn die brechen, ab auf die 78 Cent. Die dann auf Tagesbasis halten müssen. Wie Chain, 4 Stunden Breakout, Retest, Follow. Warum? Wer wie wo? Ja hier, Ausbruch, Retest, Follow. Rein in die Nummer bei 4,9 Cent. Jetzt geht es heute wahrscheinlich eher hier in die Richtung 5,15. Und sollten die dann auch noch brechen und zwar auf Tagesbasis nach oben. Das seht ihr, das ist die rote Linie hier, die hier noch als Support geactet ist. Hier als Resistance durchgeschoben. Und dann weiter hoch. Die brauchen wir dann auch, brechen die 5,1 auf Tagesbasis, geht es auf 5,5. Auch hier erstmal alles gar nicht so schlecht. Alles im Rahmen. Aber natürlich sollte man hier auch darauf achten, dass man nicht unbedingt hier so eine goldene Linie wieder nach unten hin verlässt. Die verläuft zum aktuellen Zeitpunkt bei 4,7 Cent. Solana. Was machen wir mit Solana? Ausbruch, Retest, kein Follow bisher. Wir warten darauf, dass wir schreiten. Hier der 91,50 ungefähr würde uns dann die Möglichkeit bieten, wieder reinzukommen. Und ich sage jetzt nicht, es wäre schlecht oder es ist LCC wichtig, aber diese goldene Linie hier, die actet schon gut als Support. 4 Stunden Close würde gleichzeitig bedeuten, dass wir wieder ein 4 Stunden Close unter der 89,50 kriegen. Ja, und dann geht es sowieso super schnell auf die 88, wahrscheinlich nochmal auf die Unterkante dieses Kanals. Und das wäre hier zum aktuellen Zeitpunkt die Marke von 86. Das sollten wir halten die Marke von 86, sonst geht es runter zurück auf 81. Auf den Follow müssen wir noch warten. Link, Mario, was macht Link? Link ist Link. Nee, ist er nicht, aber Achtung hier, auf Tagesbasis ist das aktuell ein schönes W-Pattern mit einer gebrochenen Nackenlinie. Ein W, Ausbruch, dann hier der Retest und der Follow. Das war Long. Gleichzeitig haben wir auf kürzeren Timeframes, und das ist hier sehr, sehr schön und Picasso-mäßig genau eingezeichnet, eine Bullenflagge gehabt. Mit einer schönen Fahne, Bullenflagge nach oben hin ausgebrochen. Und jetzt, Achtung, nächste Fahne bricht die wieder nach oben und wir überschreiten hier den Punkt von ungefähr 15,10 ist das. Dann haben wir auch heute die Möglichkeit, hier die 15,50 und danach die 15,80 wieder zu sehen. Das wäre sehr, sehr schön. Ansonsten sollte man logischerweise auch hier darauf achten, dass wir eine aufsteigende Linie nicht nach unten hin unterschreiten. Da würde ich mir persönlich mal hier so eine ziehen. Und sollte die dann nach unten hin unterschritten werden, wäre ich wahrscheinlich erstmal raus aus der Nummer. Die verläuft jetzt gerade, ja, ziemlich genau an diesem Knotenpunkt hier bei 14,50. Vier Stunden Kloster drunter wäre ich erstmal wieder weg. Luna. Luna hat es gestern geschafft. Achtung, nachdem wir hier runtergekommen sind, bis auf die 83, wo wir gesagt haben, hey, die brauchen wir, die müssen wir halten. Oder nach unten hin. Wenn wir es nach unten hinterschreiten, ist es short. Halten wir das Ganze, ist es gut. Und nicht nur das, wir haben den Tag sogar wieder hier verbracht über der 87. Das ist sehr, sehr schön für alle, die Bock auf Luna haben. Die sehen auch gleichzeitig, dass wir einen Breakout haben. Hier über diese goldene, absteigende Linie, auf der wir hier viermal, fünfmal, sechsmal aufgesetzt sind. Ausbruch, Retest. Wir warten auf den Follow. Sollten wir eine vier Stunden Kerze über 89,50, sagen wir mal, Gruppe 90 Dollar haben, dann werden wir sofort sowieso steigen auf 92. Und danach vielleicht sogar nochmal hier oben die 100 wiedersehen. Also, Luna vielleicht heute long mal im Auge behalten. Kommen wir zu Celo. Mario, kannst du mal Celo analysieren? Jo, können wir machen. Aber das war schon geisteskrank, was da abgegangen ist in dieser vier Stunden Kerze. Die waren 650%, nein, so viel war es nicht, aber vier Stunden Kerze von 57%. Ja gut, was machen wir damit? Haben wir, sehen wir öfter bei Celo, dass wir solche Kerzen haben. Guckt euch das hier an. Oder auch so eine Kerze. Hier ist das Ganze, hier ist das Ganze steil gegangen. Allerdings leider alles immer nur relativ kurzfristig behaftet. Und so sieht es im Moment auch aus, denn wir brauchen auf Tagesbasis wirklich mal den Close hier über der 3,2. Sollten wir das schaffen, ja, dann werden wir danach wieder steigen auf 3,5. Und wenn wir Glück haben, kommen wir auf diesen Ruck hier nochmal auf die 4 Dollar. Sag mal, naja, haben wir gestern schon geschafft. Ja, aber war halt nichts Nachhaltiges. Das Ganze ging super, super schnell. 15 Minuten Base, aber wer ist da schon drin? Eine Kerze, eine 60% mit 15 Minuten Kerze. Bam, dann muss ich hier aussteigen und dann, boah, mal gucken, wie es weitergeht. Also, ich bleibe auf dem 4 Stunden Chart. Und solange wir hier auf diesem Chart diese leicht aufsteigende goldene Linie halten, ist das Ganze für mich auch okay. Sollten wir die nach unten hin brechen, ein 4 Stunden Close unter der Marke von 3 Dollar, führt uns sofort hier in die 2,80. Und sollten wir hier diese absteigende goldene Linie wieder nach unten hin verlassen, denn die war wichtig, die actet hier ganz, ganz hinten. Als Support, 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 Widerstand, 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 Widerstand. Sollten wir die wieder nach unten hin verlassen, das wäre schlecht. Die verläuft jetzt gerade bei 2,80 Dollar. Verlassen wir das nach unten 2,50 Dollar und 2,40 Dollar. Wir kommen wieder. Kommen wir zu ein, zwei Coins, die ich persönlich noch auf dem Zettel hatte. Das ist gestern sehr, sehr oft nachgefragt. Mario, was macht Ape? Was macht der Affencoin? Gar nichts macht der Affencoin. Im Moment, wir laufen seitwärts. Wir können hier auf Stundenbasis ein schönes W-Pattern bilden. Können, müssen wir aber nicht. Ein W, wenn wir hier die Nackenlinie brechen. Und dann weiter hochziehen. Mein persönlicher Long werden Stundenclose über die Marke von 14,80. Vorher würde ich da nichts machen. Und das würde ich abwarten für einen Long. Ansonsten kann es auch gut sein, dass wir von diesem Zeitpunkt hier weiter runterbrechen. Dafür müssen wir auf Stundenbasis die 13,70 rausnehmen. Dann werden wir wahrscheinlich zurückfallen auf die 13 Dollar. Vielleicht sogar noch mal hier unten diese Wix rausnehmen. Bei 12,50 kommen wir zu GMT und Dome. Da haben wir gestern Abend noch darüber gesprochen, dass diese Fraktale sich unfassbar, unfassbar ähnlich sehen. Denn dieses Hochkommen, genauso wie hier, dieses steil ansteigende, leichte Abfallkommen, wieder steil ansteigende. Und jetzt Achtung hier, dieses Fraktal, das ist vom Dome Absturz. Genau wie GMT auf diese Linie. Noch mal hochgekommen, genau auf diese Linie. Und dann Abflug auf die untere. Das heißt jetzt in dem Fall auch nicht, dass das passieren muss. Aber das sieht sich schon wirklich extremst, wirklich extremst ähnlich. Und ich würde darauf achten, dass wir diese leicht aufsteigende Linie, die ihr hier seht, die ich gar nicht einzeichnen brauche, dass wir die nicht nach unten hin brechen. Das ist das hier. Denn wenn das passiert und wir den Stunden Close kriegen, hier unter der 67 Cent, dann fallen wir zurück auf Grün. Das ist die 62 Cent. Und sollte das brechen, dann haben wir genau das, was hier passiert ist. Und zwar, dass wir nach diesem Aufbäumen dann von diesem Zeitpunkt aus runterbrechen, zurück auf die 50 Cent, dann noch mal hochkommen und dann geht es deutlich abwärts. Halt das mal im Auge. Dome, dieses Fraktal, was ich genommen habe, das ist hier das Anfangsfraktal. Dome dagegen entwickelt sich in letzter Zeit wieder sehr, sehr gut. Auch hier müssen wir uns zu dem jetzigen Zeitpunkt keine Sorgen machen. Solange wir diese goldene Linie hier, diese aufsteigende goldene Linie, nicht nach unten hin unterschreiten, ist alles gut. Aber ihr seht, wir fletten langsam aus. Naja, es war ein harter Push, harter Push, Konsolidierung, harter Push, Konsolidierung, harter Push, Konsolidierung und jetzt so harter Push. Es kann durchaus sein, dass wir hier so langsam ausfletten und die ganzen Gains dann wieder abgeben. Also bitte achtet darauf, wenn wir hier sowas unterschreiten, das ist die Marke von 5 Cent auf 4 Stunden Basis, dann wäre ich definitiv erstmal weg. Denn auch hier ist das Ganze nur noch immer, immer leichter aufsteigen. Da kann man sich auch theoretisch hier eine schöne Linie ziehen. Und dann seht ihr, das actet hier als Resistance, hier auch durchgebrochen, Support, Support. Sollten wir die nach unten hin brechen, wäre das das erste Anzeichen, dass wir hier runterkommen würden. Dann würde das Ganze ungefähr so passieren. Durchbrechen, nach oben hin antesten, nochmal ein Aufbäumen und dann vielleicht hier, wenn wir hier dann durchfallen, dann kann das Ganze auch hier deutlich gegen Süden gehen. Das war es für das All-Can-Update von heute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, soll es gleich gerne ein Like und ein Kommentar für den Algorithmus da. Und wenn ihr Bock habt, dass ich morgen einen von euren Coins analysieren soll, einfach mal in die Kommentare schreiben. Dann versuche ich das morgen zu machen. Ansonsten habt einen traumhaften Start in diesen Samstag, in dieses Wochenende. Und wir sehen uns heute Abend live zum Abendupdate wie jeden Abend.